Jetzt wird erstmal rasiert. Auf geht's in einer neuen Runde, meine Freunde! Aufi, aufi! Mitte ist was? Gibt eine Mitte Flash? In Rücken? Wuhuhuhu! Baby, Baby! Bitte recht noch einer. Okay! Wir haben einen! Nur da! RIP A's! Oh man, ey! Oh, da werde ich Haku bingen! Sehr schön! Oh, Spike war da! Eine Mitte ist nur da! HIP! Jawoll! Outplayed! Ja, erster Kill, aber wichtig! Leute, 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 wo ist der Hype, wenn hier jemand reinzappt, meine Freunde? HIP! HIP! Okay, komm, wir machen die Cypher weg, let's go! Der hat minus 60 von mir! Die U def! One enemy remaining! Mitten an der window close? Ne, hier ist nicht! Oh, schön! Das wird schwierig. Okay! Schönen Virus! Schönen Virus! Schönen Virus! Hunger! Hunger! Hiiii! Schau! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Geilo! Bang! 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 Nice! Eine noch Windows? Eine noch Windows? Oh, zwei Leute! Oh nein! Oh nein! Mega long! Oh, der ohne Tod! Oh, der ohne Tod! Ja, hat 2 mal 5 kassiert! Wo war der Spike? Onside down! Mega long! Hinter der Wall! Ich brauche ein bisschen! Spike planted! Da kommt ihr lange Wetter entgegen! Oh nein! Schön! Ey, du kannst gerne durchziehen dann! Mhm! Ich schreib GG! Danke! G to the G! G-G! Ich, ich beschütze dich! Noch zwei in der Mitte! Ich kann nicht... Nein! Oh, der ist dann deine Waffe! Bauten Job! Unter! Dappelt auch rein! Ja! Weiß ich kann mit meinem Dingis nicht aus... W-Double-Dur kann doch nicht drin sein! Doch, 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 doch! Ah! Na ja, aber du wirst! Hä? Hier ist ein Stück kaputt geschossen worden! Wo ist der? Er ist down, er ist down! Ist der mal full von lang? Wummelin ist auch viel lang! Oh nein, lang noch, lang noch, lang noch! Ach, schade! Bitte mach meine Waffe wieder down! Bitte komplett weg! Oh! Er ist noch bei mir lang! Ich steh die Waffe hoch! Oh! Oh! Ich glaube, wir müssen noch halten! Rechts? Mitte! Ja, glaube ich! Ja, einer! Einer fang! Es ist defeat! Beide lang, beide lang! Schöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Kamera da. Schön. Oh, eine Push über A. Ja, mein Schock. Type aber rechts hier. Oh, hallo. Mhm. Putt 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 putt. Ich werde im Spawn. Kann jetzt links weg. Ja, das ist doch nur einer. Der lasst ihn über Ränder. Und der Spawn steht noch. Verschwinden du einmal. Es wird links. Minus. Letzter war vorhin nicht stehen. Es war schon ein bisschen her. 10 Sekunden left. So ein Hund. Kannst du natürlich CT klären oder so. Mhm. Der D an sich frei. Der ist lang. Ah, der ist lang. Ich natürlich nicht. Ich flasche ihn, gehen wir rein. Lass mal C gehen. Auf geht's. 2 von 3. Oh shit. Nein, 131. Ja. 2 von A. Jungs, 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 ich brauch Hilfe. Einer kommt von hinten. Hinter. Ja. Ich. Noch, noch eine. Ich hab leider los. Wahrscheinlich, ne? In der Ulti. Und Side, und Side. 2 Side. Hey, auch der Bombe direkt. Ja. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass das Gift runter geht. Warum denn nicht eigentlich? Boah, Digga, was ist das für ein altes Telefon? Das war so Klingel. Alter Telefon. Telefon Klingel. Okay, let's go Jungs. Auf geht's. Ich stehe die Wall hoch. 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 Ich halte direkt hinten. Zehn Dings, Zehn Dings. Hmmm. Bei Sage weiß ich nicht direkt drauf. Sage ist schön. Heaven. Heaven. Hinter die Le... Wall Wunder. Schöööön. Ja. Da sieht man halt, ne, eine Runde mal entspannt. Ach genau, genau. GG. War played. GG. Jetzt kannst du auch den Anruf endlich annehmen, Schaudi. Den Postfoten aufmachen. Besser ist. Den Postfoten an. Aufmachen. Aber wir haben unsere andere Klingel nicht gehört. Kannst du mal die andere Klingel kurz machen? Ja, mach mal. Ach, du hast zwei Klingeln. Welche Klingeln kommt hier denn? Weil es ist das für ein Flex? Wie jedes Stockwerk der Eigentumswohnung. Leute, dein Ernst? Was? Was ist das denn? Habt ihr das gehört? Ja, was ist das denn? Oh ja. Was ist das denn? Was ist das für eine Klingel? Und nie gehört. Es klang wie das Auto von Donald Duck. Ja, stimmt. Stimmt, stimmt. Wow. Wow.